Bonaire ist flach und felsig und hat nur 15.000 Einwohner. Bonaire ist flach und felsig. Kralendik heißt die kleine Hauptstadt mit nur 4.000 Einwohnern und wer hier wohnt kennt jeden. Im Gegensatz zu den beiden anderen ABC-Inseln ist hier das offizielle Zahlungsmittel der US-Dollar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von Bonaire heißt es, dass die Insel Unterwasser am schönsten ist. Bereits seit 1979 sind die umliegende Korallenriffe als Bonaire Marine Park unter Naturschutz gestellt. Bonaire gilt mit über 350 verschiedenen Fischarten als eines der schönsten Taucherreviere der Welt. Viele Korallenriffe stehen unter strengem Naturschutz. Schildkröten kann man hier relativ zahlreich beobachten. Man muss nur Geduld mitbringen, um sie zu sichten. Schildkröten kann man hier relativ zahlreich beobachten. Schildkröten kann man hier relativ zahlreich beobachten. Geist mach da. Ganze SilverUNDREN 4. Musik Musik